also jetzt gucken wir erst mal wie die Teile sich anhören und dann machen wir uns nee lass es machen wir beim nächsten Mal machen wir es beim nächsten Mal ich will es aber hören leg sie einfach in die Kiste und dann machen wir das nächstes Mal welche ist es das ist sie gut naja ich höre die nicht ah nee die sind zu nee mach mal die Chirp rein Fahrstuhlmusik so ähnlich naja leg alle rein so noch muss so soll ich einfach mal alle rein die sind doch alle drin okay ja so nee so 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 ja okay ja okay jetzt war es ist oder okay dann warte wir gehen hier so vorm Bild genau dann hören wir für heute mit der Aufnahme auf jo und ich denke mal nächstes Wochenende werden wir wahrscheinlich wieder aufnehmen ja ich hoffe dass bis dahin meine Erkältung besser oder hoffentlich weg ist und dann wird es auch ein bisschen besser klappen denke ich so übertreibt Luca was willst du jetzt nichts okay also gut wir verabschieden uns für dieses Mal vielen Dank dass ihr zugeschaut habt ich bin echt froh dass wir wieder ähm dass wir endlich mal wieder neue Folgen hochladen können ja will ich auch okay dann ciao macht's gut bis zur nächsten Folge so herzlich willkommen in der neuen Aufnahme wie ihr vielleicht schon gemerkt habt haben wir jetzt eine Facebook-Seite jo jo so hallo ich bin's Luca jo was machen wir denn jetzt jetzt guck ich erstmal auch so halt Weizen kommt ja raus jetzt geh ich erstmal hier eine Runde pennen alter wie viel Erde man das geht ja mal ab ja schon das da was machen wir denn jetzt ich gehe jetzt mal kurz nach draußen vor hier leckt schon wieder ziemlich nur bist du oben im Moment auch so ich seit hier jetzt gerade das die Samen noch in die Küste obwohl mir eigentlich kann ich dir anpflanzen ich auch so ja aber ich habe auch noch welche und das sind schon da irgendwelche Viecher drüber gelatscht da sie die Welt hat auch noch auch ob es da oben sind ja Kartoffeln was machst du selbst übelst komische Claudio ich weiß hier ist noch so gefällt Claudio war das ist auch noch die Xen was ist gut Gründer und Fehl was ja du hast um das wäscher nicht irgendwie rechtsklick gemacht mit dem mit irgendwas davon ja er hat die Gehls oder erlte leisten schwein was die die Karotten ja guckte ich schwein ja genau wo bist du neun ich bin so gut egal was ist gesehen ja ich hab die schweine Fleischgruppe mit Lohn mit verbrannt okay also ich würde sagen was wir jetzt machen ist wir haben wir laufen jetzt irgendwo hin ja und suchen uns im Sumpfgebiet ja da macht gern mit Prozent und soll ich auch noch zwei Lava Claudio ja schön ja wir können uns obsidieren machen wo laufen wir denn hin da waren wir schon ich glaube wir laufen mal dahin kommen mit Luca ja ich komme er ist man kann man einmal stecken um seit der 1 4 glaube ich ich bin mir nicht ganz sicher auch gott meine Uhr eine Leute ist auch so ein Ding da so ein Loch ja da habe ich schon reingeguckt sieht voll lustig aus kommst du ja also wir latschen jetzt einfach mal ein bisschen rum und was erinnert ist und an was erinnert dich das wenn du anst an den Server wo wir früher gespielt haben an dem mein Map das war so eine Map da hast du um frei abbauen dürfen also ohne Permissions und so und die war immer durchlöchert alter Ege die war richtig durchlöchert es war übel schlimm dann wurde die erneuert da wurde die erneuert und dann doch ein zwei Stunden zack war sie wieder durchlöchert ey geil ist die riesige Höhle die sieht so einladend aus ja keine Ahnung wo bist du ja weiß ich auch nicht im Wald ja ich auch sucht dich machen wir doch mal hier Dingens ich finde dich nicht ich latsche auf den Bäumen rum auf den Bäumen warte ich jetzt auch ich gehe mal hier ganz hoch ja ich hab dich siehst du mich wenn du springst ein bisschen nach links dreht dich um genau umdrehen ah ja genau ok dann so also wo hinten noch da oh je das kann noch eine Weile dauern ja ich bin schon für die umfinden aber das ist wichtig weil das wird der nächste Schritt in unserem LP ok es warst ich bin die lucht so bist du auch doch ja naja und schluss auf die anderen ok ok und kür brauchen wir auch n wir können ja alles mögliche mal mitnehmen 8 ließen wir sind ja alter wenn es tun hat treffen würde hühner sind ja grundsätzlich nicht schlecht wenn man das hat ja aber wieder vor mir ne ich meine hier so fleisch für unterwegs ja ich hab noch 21 ich habe nicht gehört die anbraten ist für schlau ich habe auch noch genug aber als heute nicht reingehen alter und auch er gehe ich jetzt wirklich rein weil er erstens klar weiß und zweitens und so wie ich guck so lange schon mal hier oben ob ich irgendwas sehen was an zum verinnert ortsch auch luka ich bin doch nur so kann nicht mehr kommst du ja natürlich so 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 also was sie mir ein paar Schafe und möglich und Claudio so tut mir leid dass sie jetzt gerade weg war aber ich bin nach wie vor erkältet und ich musste gerade ziemlich wussten ich wusste ich wusste ich wusste ich wusste wir haben ein Problem ich wusste ich wusste ich wusste ich wusste ja okay ich schlicht aber einmal muss einmal im Leben muss man gebracht haben ja es stimmt oder noch noch so ein witz der irgendwie so naja ist luka ja warum heißt es festplatte weil es eine feste platte ist hau keine ahnung nein weil darauf partitionen erstellt werden oh mein Gott oh mein Gott der ist richtig schlecht gell was machen wir jetzt Kamikaze runterspringen sterben ne runterspringen ohne zu sterben ja sowieso also ich dachte gerade was ist das man es war ein Hühnchen alter eh lol guck mal ich hab'n ich hab'n geheim Raum gefunden so mit einer Kohle boah klasse ich bin begeistert Luca echt danke das ist echt der Hammer n 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 ok dann laufen wir weiter ey wir brauchen Bücherregale n 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 s gibt schon lustige sachen komische vor allem alter leck ah ja wohl hier sind rosen die brauche ich vor allem ist hier mir ist mir hier viel zu viel schnee ja wir auch alter durchschnittlich schnell wo bist du auch dort auf der ganzen karte nur schnee wo du hinguckst ich weiß doch nicht ich sehe so ein stückchen kalt uhr alter kurs von land welch noch wo alter mega loch okay es wird nacht egal wie sind glaube ich hoffentlich das schaffen wir alter kommt weiß man noch wie das war als wir in der Wüste waren aber ich hab nur die umgefunden er erste ist er Wüste und das andere keine Ahnung ich glaube er ist es nächstes ganz normal es kann nicht er ist jetzt hier ist doch ist es ein Sumpfgebiet ich habe es sieht so aus kann auch der Boden sieht so aus vor allem ist Nacht und nachtsbohren Niedersdorf doch gesessen also wenn ihr Slimes rumrennen dann ist es ein Sumpfgebiet der Lichter der hellere da was ich habe eine Daukür sind welche Kür gefunden alter soll ich die anbrennen oder ganz normal Kür? egal lol oh Luca ey so lassen wir mit hoch hochgehen Kürbisse 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 weiß ich nicht ja hier ist zum Spiel auf jeden Fall egal wir können sehr mal mitnehmen du bist du ich finde dich nicht mehr ja ich bin noch ein bisschen weg gelaufen ich komme jetzt wieder zurück ja ich habe Leder bekommen wo bist du jetzt ich sehe hier irgendwie gar nichts mehr Alter wie viele Zombies 3 4 5 oh ich sterbe Luca wo bist du denn? hier ich werde gerade abgeschlachtet von oh what the f okay ich habe über Skype einen Creeper gehört ja das ist gut ja warte komm in wo bist du denn? dann findest du mich okay Moment weil da ist nicht so bist du im Wüstenbiom? gleich ja da komm rüber nicht da ach da ach da ich habe Bock auf Schallplatten da ich sehe ein ich sehe drei Creeper einen Bogenschützen hinter dir rennt auch einen Creeper rum ich sehe es wo auch Fakt ich heute treibt es drei Boggien ist die Boggien schützen Scheiße das leckt gerade übelst bei mir ja ja jetzt jetzt geht es wieder acht und alles von zwei Creepern und drei Skeletten verfolgt das will ich ja auch morgen so ich gehe immer wieder in Beobachtungsmodus Worte so die Verkauf Luca du musst in die andere Richtung laufen der Krieg ist hinter den Skeletten der Post schütteln Schulten okay das Geld ist jetzt offen nicht getriggert dann muss ich einfach mal ne ein ganzes Stück weg das läuft mir trotzdem hinterher hat es Prozene so weiter soll ich dir helfen Luca er eine Post schon weiter fünf Zombies über die Städte ist fünf Zombies ein Krieger drei Skelette auch ist sie der Fall auch gut und auch Luca Lauf komm schießt sie ab das ist hier ob es okay ich glaube so gut ihr habt so gewollt schießt schießt die Tüte ich habe so viel gefunden und der Hexenhütte Prozent Prozent ich habe Hexenhütte gefunden gut die kommen auch kein Scheißmann Prozent schießt doch man nein oh scheiß